In den letzten neun Jahren habe ich über 1300 Jura-Studierende zunächst im Einzelunterricht, dann auf unserer Lernplattform Endlich Jura All Access und mittlerweile auch in Bootcamps begleitet und mit hunderten von ihnen habe ich die perfekte Examensvorbereitung geplant. Ich glaube also, zu wissen, was funktioniert. Und jetzt behauptet ChatGPT das Gleiche. Aber kann eine KI wirklich so gut oder gar besser planen als ein erfahrener Repetitor? Heute reagiere ich live und ungefiltert auf ChatGPTs Vorbereitungsstrategie. Hi, Michael hier von Endlich Jura. Heute wird's spannend. Ich lasse mir live und in Farbe von ChatGPT einen Plan für meine Examensvorbereitung erstellen. Für einige von euch, die das hier sehen, die mitten im Examensstress stecken und diejenigen, die vielleicht gerade erst anfangen, überhaupt über ihre Examensvorbereitung nachzudenken, für euch, für diese beiden Gruppen, kann dieses Video eine komplett neue Perspektive eröffnen. Oder im besten Fall, ihr fühlt euch einfach danach in eurer Vorbereitungsstrategie bestätigt. Ich bin jedenfalls gespannt, ob wir gleich in dem Plan etwas finden werden, das wir direkt anwenden können oder ob wir doch eher zum Schmunzeln gebracht werden. Ich behaupte einfach mal, es wird auf eine Mischung aus Falltraining, ganz viel wiederholen und vielen Probeklausuren hinauslaufen und sicherlich auch auf den Hinweis, dass Ruhe und Erholung wichtig sind. Das sind natürlich alles Punkte, die auch ihre Daseinsberechtigung in der Examensvorbereitung haben. Wir starten jetzt einfach mal, schauen uns gemeinsam an, wie ChatGPT dieses Mammutprojekt angeht und ich werde das natürlich live kommentieren. Ich werde dir also sagen, was ich anders machen würde, was ich gut finde, wo ich anders ansetzen würde. Also los geht's, wechseln wir in die Bildschirmübertragung und starten den Prompt. Okay, ich bin hyped. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ich gebe mal eben den Prompt hier ein. Liefere eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sich auf das erste juristische Staatsexamen vorbereitet und stelle sicher, dass die Anweisungen klar, prägnant und leicht verständlich sind, auch für Jurastudierende, die gerade erst am Anfang ihrer Examensvorbereitung stehen. Das ist ein Prompt, den habe ich schon in vielen verschiedenen Kontexten benutzt. Funktioniert eigentlich immer gut und ich habe natürlich die Hoffnung, dass das heute auch so ist. Schauen wir uns mal den Output an. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung. Klare und leicht umsetzbare Struktur wünschen. Zeitplan festlegen. Ich habe es schon befürchtet, dass wahrscheinlich der Planungshorizont sehr, sehr lang werden würde. 12 bis 18 Monate. Lernplan. Für diejenigen von euch, die das sehen und meine Tipps auf dem Kanal kennen, die werden wissen. Mit Lernplan habe ich es nicht so. Ja, der macht mal hier noch ein bisschen weiter. Wir können ja schon mal so langsam oben reingehen. Klare und leicht umsetzbare Struktur. Okay, also Zeitplan festlegen. Wann starten? Frühzeitig anfangen ist essentiell. Idealerweise 12 bis 18 Monate vor dem Examen. Ja, also man kann sich natürlich 12 bis 18 Monate aufs Examen vorbereiten. Ich habe halt immer die Sorge, dass man in der Zeit, je nachdem wie viel man auch so pro Tag, pro Woche investiert, eher ausbrennt. Ich empfehle eigentlich fast immer, das ist dann nur ausnahmsweise anders beim Letztversuch, eigentlich immer eine kürzere Vorbereitung. Sagen wir mal 6 Monate, teilweise auch noch kürzer, hängt da auch sehr stark von den Einzelfallumständen ab. Zeitliche Struktur. Drei Phasen, interessant. Grundlagenphase, erste 6 Monate. Vertiefungsphase, nächste 6 Monate. Und Klausurenphase, letzte 3 bis 6 Monate. Tägliches Klausurentraining. Okay, also Chachibiti und ich sind auf jeden Fall, was die Klausurenphase angeht, offensichtlich, ich scrolle hier mal so ein bisschen hoch, damit ihr nicht schon weiterlest, schon auf einem Dampfer. Klausurenphase, letzte 3 bis 6 Monate. Okay, also diese 3 bis 6 Monate da unten, das ist was Chachibiti hier als Klausurenphase bezeichnet. Das ist wahrscheinlich das, was ich vor allem machen würde und das würde ich dann Examensvorbereitung nennen. Vertiefungsphase, intensives Lernen und Vertiefen, Grundlagenphase. Okay, also ganz grundsätzlich, jetzt mal unabhängig von Examensvorbereitung und meinem Plan, Chachibiti's Plan, dass man natürlich erstmal die Grundlagen legt oder mit den Grundlagen beginnt und dann in die Vertiefung reingeht, das ergibt absolut Sinn. Das ist jetzt nichts weltbewegendes, das ist überall so und nicht nur in der Jura-Examensvorbereitung. Schwerpunkt auf Wiederholung des Stoffs, intensives Lernen und Vertiefen. Jetzt kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu, wie jetzt die einzelnen Phasen aussehen. Für mich ist halt vor allem interessant, ob ich in diesen Phasen 1 und 2 auch schon mit Fällen arbeiten darf. Das ist also das, was ich natürlich frühzeitig empfehlen würde. Wir sollen ja auch frühzeitig anfangen, sagt Chachibiti. Also deswegen, ich würde in Phasen 1 und 2, solltest du eine längere Examensvorbereitung anstreben, definitiv auch schon mit Fällen arbeiten und nicht hier einfach nur in der Theorie bleiben. Okay, gucken wir uns mal die Lernplanerstellung an. Themenblöcke definieren. Unterteile die Rechtsgebiete in kleinere Einheiten. Plane jede Woche thematisch und mache dir für jedes Rechtsgebiet eine Themenkarte. Tagesthemen, statt Tagesziele, statt eine bestimmte Seitenanzahl zu schaffen, solltest du dich pro Tag auf ein spezifisches Thema konzentrieren und so einen festen Tagesrhythmus etablieren. Zum einen, habe ich hier auf dem Kanal auch schon mal ein Video zu gemacht, werde ich jetzt hier oben irgendwo einblenden, wie habe ich mich auf mein Examen vorbereitet, wie habe ich alle Klausuren bestanden, ohne mir einen Lernplan zu schreiben. Dazu stehe ich natürlich nach wie vor. Was nicht heißt, dass man sein Lernen nicht planen soll, aber ein klassischer Lernplan, herkömmlicher Lernplan, wie der auch in Repetitorien ausgeteilt wird, ist eigentlich die zielführend. Themenblöcke definieren, sodass man sich einen klaren Überblick darüber schafft, was so alles examensrelevant ist und so gehe ich alles mit. Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du das machst, das hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, das macht absolut jeder. Jetzt müsste man in ChatGPT so ein bisschen fragen, was denn eine Themenkarte ist, ich kann mir das lose vorstellen. Das wäre dann wahrscheinlich so die nächste Eingabeaufforderung, die ich in die Richtung machen würde. Das ist ja hier bei 4O, was ich benutze, eine tolle Sache, ich kann das einfach markieren und dann kann ich darauf antworten und direkt Bezug nehmen auf den Output, den ich bekommen habe. Aber wie dem auch sei, also ich würde das runterbrechen, ja okay, die Sorge, die ich dabei halt hätte, wäre, dass man zu isoliert lernt. Das ist auch das, was so durch das Abschichten gefördert wird. Das wird jetzt eh abgeschafft, das Abschichten, aber das ist das, was mir viele auch Kandidatinnen und Kandidaten im Einzelunterricht damals schon, die abgeschichtet haben, gesagt haben, ist, dass sie halt viel zu wenig, ja systematisch auch verknüpft haben über das jeweilige Rechtsgebiet hinaus, dass man eben auch, Stichwort Einheit der Rechtsordnung, dass man eben auch lernt, Dinge besser zu verstehen, indem man sie mit anderen Dingen verknüpft aus anderen Rechtsgebieten, Regelungskreisen, Fächern, die vielleicht eine etwas unterschiedliche Regelung haben. Also ein stures auch, ich teile mir dann quasi die Rechtsgebiete in kleinere Einheiten auf und mache dann jeden Tag was davon, so wie das hier beim zweiten Bullet Point beschrieben wird, Tagesthemen statt Tagesziele. Statt eine bestimmte Seitenanzahl zu schaffen, solltest du dich pro Tag auf ein spezifisches Thema konzentrieren. Festen Tagesrhythmus. Beim festen Tagesrhythmus sind Chachibiti und ich natürlich auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Viele von euch waren Beta-Leserinnen und Leser für mein neues E-Book, eine fast perfekte Woche für dein Jurastudium. Also da geht es viel auch um Tagesrhythmus und Tagesplanung. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich glaube nur nicht, dass der Tagesrhythmus quasi darin bestehen sollte oder das spezifische Thema den Tag vorgeben sollte, sondern was ich denke ist, was den Tag vorgeben sollte, sind etwas, was ich als Lernstationen bezeichne, beziehungsweise früher auch als Tagesthema oder Tageszeitthemen. Und mit Lernstationen meine ich die einzelnen Schritte in einer logischen Progression mit Blick auf natürlichen juristischen Lernprozess. Also dass ich erstmal irgendwie Wissen aufnehmen muss, über die Zeit Wissen verknüpfe, lerne Wissen anzuwenden, das Wissen vertiefe, das Wissen wiederhole. Das sind alles Stationen im Lernprozess und ich würde mir eher für verschiedene Tageszeiten eine bestimmte Lernstation überlegen und dann könnte ich auch in dem Zeitraum, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich auch Videos zugemacht, eine Kontextinterferenz-Effekt, blende ich hier oben auch nochmal Lernvideos vielleicht jetzt hier in der Infokarte zu ein. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, viele Fächer, drei bis fünf Fächer, um genau zu sein, drei bis fünf Themen pro Tag zu kombinieren und mich nicht auf ein spezifisches Thema zu konzentrieren, indem ich den ganzen Tag, keine Ahnung, Bereicherungsrecht, Leistungskonnektion lerne oder so. Also das Entscheidende ist, den Kontextinterferenz-Effekt zu nutzen, Interleaving, auch genannt in Videos von mir und in der Wissenschaft, hat man längst bewiesen, dass das effektiver ist, als ein Thema bis zum Erbrechen durchzukauen. Also für mich heißt Lernstation zu sagen, okay, heute eigne ich mir nur meinetwegen neues Wissen an, fair enough, aber ich mache das dadurch, dass ich mir neues Wissen zu verschiedenen Fächern aneigne und zwischen den Fächern hin und her wechsle. Ich konzentriere mich also mit meiner Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art zu lernen und zu arbeiten, aber eben mit Blick auf verschiedene Themen, die examensrelevant sind. Ja, das ist so ein kurzer Einblick dazu. Materialien zusammenstellen, Basisliteratur, wähle ein Lehrbuch pro Rechtsgebiet. Oh je, natürlich schwer für jemanden wie mich, der ja noch nie ein Lehrbuch gelesen hat oder von A bis Z jedenfalls nicht. Ich habe schon meine Lehrbücher gestöbert, ich habe sie auch zur Vertiefung in der Examensvorbereitung genutzt, aber ein Lehrbuch pro Rechtsgebiet mit einer Einschränkung im Übrigen. Nicht, dass ich das selber gemacht hätte, aber ich habe das zum Beispiel in meinem Video zur Börtenmethode, habe ich auch einen Blogpost zugemacht, den wir vielleicht verlinken können, je nachdem, wie viele Infogarten wir noch übrig haben, habe ich auch darüber gesprochen, dass man sich so Gesamtwerke natürlich für die einzelnen Rechtsgebiete, Z, S, Ö, durchaus anschaffen kann, wenn man in kurzer Zeit viel lernen muss oder möchte. Muss und möchte kommt manchmal zusammen und man muss und möchte beides, aber der Platte zum Beispiel im Zivilrecht oder so, das wäre so ein allgemeines Lehrbuch, mit dem man wirklich in kurzer Zeit sehr viel auch aufsaugen kann. So, es ergänze mit Skripten für schnelle Wiederholungen und als Nachschlagewerke. Ja, das ist natürlich dann von der jeweiligen Vorgehensweise und Vorbereitungsstrategie auch abhängig. Ähm, mit Skripten ergänzen, schnell wiederholen. Also, ich würde mich grundsätzlich auf eine Art von Material, von Medium beschränken am liebsten. Wie ich das auch für die Wiederholung empfehle, was sicherlich gleich auch noch kommen wird, dass ich quasi entweder mit Fällen arbeite und dann die Lücken, die die Fälle aufwerfen, dann mit Lehrbüchern oder Kommentaren oder für mich präferiert mit Aufsätzen dann schließe. Aber ich würde, glaube ich, nicht mehr für alles, also das würde ich eh nicht machen, für alle Skripte kaufen und so. Da wollen die Repetitorien euch einfach auch das Geld aus der Tasche ziehen. Also, die ganzen Scheiß, die man dann hinterhergeschmissen bekommt und die man dann auch kaufen soll und Vertiefungshinweise von Altmann und Hasse nicht gesehen. Also, da wäre ich sehr vorsichtig. So, dann kommt ein entspannender Punkt, nicht entspannend, sondern ein spannender Punkt, und examensrelevante Klausuren, nutze originale Examensklausuren. Ja, da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge, um zu sehen, was tatsächlich gefordert ist. Das ist so quasi der Kern meiner Vorbereitungsstrategie. Das kennt der ein oder andere hier unter dem Namen Upside-Down-Examensvorbereitung. Ich habe Videos gemacht, in drei Monaten aufs Examen vorbereitet, 90 Tage. Der Kern besteht darin, Altklausuren zu analysieren, ein grobes Prüfprogramm dafür aufzustellen, die Problemschwerpunkte herauszufiltern, die Lösung durchzuarbeiten, zu schauen, was ich nicht verstehe und das gezielt mit Theorie nachzuarbeiten. Da kann man natürlich dann die Basisliteratur und die Skripte hier oben dann auch für benutzen. Also, die zur Hand zu haben ist gut, aber ich würde eben immer erst den Fall machen und dann gucken, was ich nicht kann. Und das ist für viele schwer verständlich. Wird es auf jeden Fall auch noch auf dem Blog und bestimmt hier bei YouTube auch noch Videos zu geben in Zukunft, warum doch diese umgekehrte Art zu arbeiten, auch wenn sie ein bisschen kontraintuitiv ist, die deutlich bessere Variante ist. So, Gesetzestexte soll ich mir aktuelle beschaffen, keine Kommentierungen, um das schnelle Auffinden von Normen zu trainieren. Okay, also ja, ich soll nicht mit einem Kommentar lernen, sondern mit einem Gesetzestext. Das ist natürlich klar. Das hast du wahrscheinlich auch nicht anders vorgehabt. Aktuelle Gesetzestexte soll ich mir beschaffen. Ja, bloß nicht mit Nachlieferungen, da wirst du wahnsinnig. Ich weiß noch, wie ich mit meiner damals Freundin, jetzt Frau, die letzten zehn Tage vor dem Examen jeden Tag zwei so Dinger einsortiert habe, weil ich die ewig aufgeschoben habe, einzusortieren. Das ist absolut grauenhaft, kann ich keinem empfehlen. Einfach am Ende, kurz vorm Examen, vernünftige neue Texte kaufen, vielleicht einmal nachsortieren. Wöchentliche Struktur entwickeln, Theorie und Fallbearbeitung. Verteile jede Woche auf Theorie-Tage und Praxistage. Drei und zwei für Fallbearbeitung. Das ist ja richtig geil hier. Nur, dass ich halt nicht so viele Theorie-Tage machen würde. Aber, ey, wenn wir das umdrehen und sagen, wir machen quasi drei Praxistage und zwei Theorie-Tage und an den Theorie-Tagen schließen wir die Lücken, die die Praxistage aufwerfen, da bin ich dabei. Würde ich natürlich noch krasser shiften quasi bei mir. Ich würde noch einen größeren Fokus auf die Praxistage legen. Aber das ist ja so ein bisschen das, was ich eben versucht habe mit Lernstationen zu erklären. Dass man die Aufmerksamkeit, die man auf verschiedene Lernstationen aufwendet, dass man die trennt und dass man sagt, ich mache einen klaren Cut, damit ich mich an dem Tag oder zu der Tageszeit, wenn man es nicht ganz so extrem machen will, empfehle ich halt Tageszeiten zu wählen. Ich möchte mich zu der Tageszeit, vormittags, wenn mein Gehirn fokussiert analytisch arbeiten kann, will ich mich auf eine Klausur stürzen. Die will ich analysieren und bearbeiten. Und dann meinetwegen am Nachmittag oder an einem ganz anderen Tag pro Woche. Es ist ja auch von Tag zu Tag nochmal unterschiedlich. Es kann sein, dass ich Montag, Dienstag viel besser drauf bin und viel mehr leisten kann als an einem Freitag. Also kann ich persönlich für mich so sagen, habe ich über Jahre beobachtet. Ich habe das auch mal eine Zeit lang sehr aufwendig getrackt. Also wenn ich da schon weiß, okay, die Tage eignen sich gut, kann ich meine Woche eigentlich perfekt strukturieren. Prüfungsnahe Themen wiederholen. Jeden Monat einen Tag einplanen, um die für das Examen wesentlichen Themen wieder zu wiederholen. Okay. Also auch da, wenn ich das richtig verstehe, kommt vielleicht auch noch mehr zur Wiederholung. Das ist jedenfalls so, was ich im Intro ja auch gesagt habe, meine Erwartungshaltung aus Chatschipiti wahrscheinlich die Wiederholung mehr betonen wird, als ich das machen würde. Finde ich an sich ganz cool. Ich würde wahrscheinlich eher, um auf mein Konzept der Lernstationen zurückzukommen, Ich würde wahrscheinlich eher so einmal die Woche oder so, so einen Wiederholungstag einlegen oder eben Wiederholungszeiten. Wenn du sagst, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für mich, um zu wiederholen und auch nur zu wiederholen. Keine Ahnung, meine Karteikarten durchzugehen, meine Cornell Notes oder Zusammenfassungen, womit auch immer du am besten aktiv wiederholst. Das ist ja auch ein großes Thema hier auf dem Kanal immer. Aber ich glaube, ein Tag pro Monat, das wird sehr stressig. Aber das hängt auch davon ab, wie tiefgreifend dann die Wiederholung an dem Tag ist. Ich finde das an sich ein spannendes Konzept. Kann mir das vorstellen, wird das vielleicht nicht auf einen Tag pro Monat beschränken. Klausurtechnik, da geht es richtig los. Und hier unten sehe ich sogar Mentorinnen und Mentoren. Da kann man empfehlen, Chatschipiti sogar noch mehr Geld zu geben. Das ist hervorragend. Klausurtechnik üben, Klausuren schreiben. Ab dem dritten Monat mindestens eine Klausur pro Woche anfangs alternieren zwischen den Rechtsgebieten. Ab dem dritten Monat, wir gehen nochmal kurz hoch. Dritter Monat ist ja dann noch in der Grundlagenphase. Sehe ich das richtig? So verstehe ich das jedenfalls. Ja, so früh würde ich auf keinen Fall mit Klausuren anfangen. Also ich empfehle immer so, wenn es hart auf hart kommt, 20, besser 30 Klausuren unter Realbedingungen zu schreiben. Und wenn ich mich hier 12 bis 18 Monate vorbereite und ab dem dritten Monat schon mindestens eine, vielleicht ja auch zwei oder drei schreibe, boah, da schreibe ich so viele Klausuren. Aber das passt natürlich zu den beschissenden Empfehlungen von kommerziellen Repetitorien, dass man 150 Klausuren schreiben müsste. kostet so viel Zeit, wenn man viel Zeit hat, auch viel Zeit in Klausuren zu stecken, finde ich fair. Aber es gab ja auch mal diese Studie von der Uni Köln, wo man ja auch Kandidatinnen und Kandidaten in der Examensvorbereitung relativ lang begleitet hat und geschaut hat, inwiefern wirkt sich die Vorbereitung auch anhand von Klausuren auf die Noten in Klausuren aus. Und man konnte das natürlich, ja, die Effektschärke nicht ganz genau messen, weil man nicht wusste, wie viel allgemeine Examensvorbereitung, da schreiben die Autorinnen und Autoren der Studie auch, wie viel allgemeine Examensvorbereitung da reinfließt. Aber im Endeffekt waren die Steigerungsraten pro Klausur extrem klein, 0,0 oder so pro Klausur oder 0,1 oder so. Also, und dann war das eine relativ steife Kurve am Anfang, du hast so in den ersten 10 Klausuren unglaublich große Steigerungsraten, dann werden die immer kleiner und so ab 40 Klausuren fängt das an zu stagnieren. Also, zeigt eigentlich schon, dass man so den Point of Diminishing Returns relativ schnell erreicht. So, Selbstkorrektur und Feedback, erstelle einen Korrekturleitfaden und nutze Musterlösungen zur Selbstkorrektur und bespricht die Ergebnisse regelmäßig in Lernkommar Mentorin. Das finde ich super, auch Klausuren mit ein bisschen zeitlichem Abstand sich selber nochmal anzuschauen und natürlich auch so Tools wie ChatGPT zu nutzen und mal irgendwie fünf Klausuren, die man runtergetippt hat, hochzuladen zu schauen und mal zu fragen, was gibt es denn hier für Muster, was mache ich denn immer und was läuft immer nicht besonders gut und auch mit der Musterlösung abgleichen lassen, das kann man alles mit KI-Tools machen, natürlich mit sowas wie 4O, im Besonderen, wenn du jetzt die Basisversion nutzt, ChatGPT Turbo ist das, glaube ich, oder so, wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, wie gut man Dateien hochladen kann und so, da bin ich jetzt nicht so drin, aber ja. Okay, aber ansonsten sind wir da auf einer Wellenlänge. Klausurtechnik üben heißt für mich aber auch, man übt das viel, ohne die Klausur auszuschreiben und hier steht Klausuren schreiben und da würde ich halt sagen, diese Praxistage, die wir hier oben hatten, für Fallbearbeitung und Klausuren, das ist ja dann wahrscheinlich eine Klausur pro Woche dann der eine Praxistag, da würde ich eher dazu tendieren, mehr Klausuren insgesamt zu analysieren und zumindest mal ein grobes Prüfprogramm mit Problemschwerpunkten aufzustellen, ob man die dann immer runterschreiben muss, steht auf dem anderen Blatt, ich würde es eher nicht empfehlen, vor allem würde ich, glaube ich, nicht ab dem dritten Monat damit starten, wenn ich mich wirklich nur, oder wenn ich mich wirklich 12 bis 18 Monate vorbereite, wenn ich mich nur 3 Monate oder 6 Monate vorbereite, muss ich etwas früher mit den Klausuren anfangen, wenn man sich nur 3 Monate vorbereitet, so Extremfälle wie bei mir, dann würde ich direkt mit 1 bis 2 Klausuren pro Woche starten, wenn man sich länger vorbereitet, was die meisten machen, sagen wir mal, zumindest 6 Monate nach meiner Empfehlung, dann würde ich am Anfang langsam vielleicht mit Klausuren anfangen, nach den ersten 1-2 Monaten das hinten raus dann steigern. Anpassung und Selbstreflexion. Stärken und Schwächen analysieren. Setze dich am Ende jeder Woche damit auseinander, welche Themen dir schwerfallen, dann passe den Lernplan entsprechend an. Also eine Selbstreflexion pro Woche, auch in meinem Konzept der perfekten Woche natürlich enthalten, kann man sehr gut sonntags immer mal einbauen oder so, man sollte sich immer damit auseinandersetzen, was man eigentlich diese Woche A natürlich geleistet hat und B auch, was nicht gut gelaufen ist und was man nächste Woche besser machen möchte. Deswegen kann ich nur empfehlen, da auf jeden Fall den Lernplan entsprechend anzupassen, auch nur, dass das eben für mich dann eben kein klassischer Lernplan ist, aber das auf meine Lernplanung jedenfalls Rücksicht nimmt, was ich dann merke am Ende der Woche, was nicht gut passt. Anpassungen im Lernplan. Justiere deinen Plan alle 4 bis 6 Wochen, damit du deine Schwächen gezielt angehen kannst. Ich würde wie gerade mit kleineren Planungshorizonten arbeiten. Ich würde den Plan eventuell, wenn es nötig ist, jede Woche natürlich anpassen. Gerade so diese langen Lernpläne, die man auch wie gerade in kommerziellen Repetitorien ausgeteilt bekommt, so auf 6 oder 12 Monate. Das ist längst belegt in Studien, dass das nicht wirksam ist. Der Planungshorizont, den Menschen irgendwie überblicken können, ist drei oder maximal vier Monate. Dann gibt es so Konzepte wie den Planungsfehlschluss oder im englischen Planning Fallacy. Menschen sind nicht so gut darin, sowas von langer Hand zu planen. Der Plan muss dann eh andauernd angepasst werden. Dann nur alle 4 bis 6 Wochen würde ich nicht empfehlen, glaube ich. Das scheint mir zu groß im Zeitplan. Erstreckt sich das auf einen zu langen Zeitraum. Lernmethoden, Gedächtnistechniken, Mindmaps und Karteikarten. Verwende Mindmaps für größere Zusammenhänge und Karteikarten für Definitionen und Schemata. Ja, also Schemata würde ich überhaupt nicht auswendig lernen. Da habe ich auch hier, glaube ich, auf dem Kanal schon genug zugesagt. Stehe hier auch nach wie vor zu. Wenn man Schemata gerade zu etwas schwierigeren Normen irgendwie auswendig lernen möchte, dann würde ich das auf jeden Fall mithilfe von Lückentexten machen. Also ein simples Beispiel 280.1 BGB. Du klammerst dir halt hier und da eine Tatbestandsvoraussetzung ein. Und dann musst du dir, wenn die Karteikarte dir vorgelegt wird, musst du dir die Lücken logisch erschließen. Ja, das bringt viel mehr. Mindmaps für größere Zusammenhänge. Ich kenne nur eine Kandidatin von mir, später auch Teamkollegin im Rep gewesen. Grüße gehen raus an dich, Mathea. Du wirst das hier nicht lesen oder hören, aber ja. Du hast mit Mindmaps gearbeitet. Du bist ja die Einzige bis heute, die das wirklich erfolgreich gemacht hat. Sonst fällt mir jedenfalls gerade keiner ein. Sorry, wenn ich immer einen vergesse. Wiederholung. Erstelle eine Routine, um jedes Thema in immer kürzeren Abständen zu wiederholen. Ich glaube, da ist ein Dreher drin. Es müssten immer größer werdende Abstände sein. Oder ich verstehe das hier nicht. Okay. Ja, also die Abstände müssen größer werden. Aber es kann auch sein, dass das hier so gemeint ist. Das wäre jetzt halt sowas, wo ich dann im nächsten Prompt nachfragen würde, was es damit auf sich hat. Aber die Intervalle der Wiederholungsalgorithmus, Wiederholungsrhythmus, wenn du so willst, nach drei Tagen zu wiederholen und so weiter ist fair. Kann man so machen. Dann auch nach einer Woche, zwei Wochen ist mir dann zu klein. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du so einen Wiederholungsalgorithmus hast, der das Intervall, nachdem du das erste Mal wiederholt hast, wird dann immer wieder mit sich selber multipliziert. Also wenn man sowas hat wie, ich wiederhole quasi das erste Mal nach sieben Tagen, dann würde das Intervall theoretisch mit sieben dann multipliziert. Dann das nächste Mal wieder nach weiteren sieben Wochen und so weiter. Das ist jetzt natürlich Quatsch. So würde man nicht wiederholen. Aber man würde immer wieder das Intervall mit demselben Faktor multiplizieren. Und dann würde man die einzelnen Abstände berechnen können. Klausurenphase intensivieren. Volle Klausurenroutinen. Letzten Monaten sollte täglich eine Klausur pro Tag pro Rechtsgebiet das Ziel sein. Bearbeite jede Originalklausur in Originalzeit und simuliere Prüfungssituationen, um Zeitdruck zu üben. Also da weiß ich nicht genau, ob ich das richtig verstehe. Jeden Tag eine Klausur komplett lösen. Also jeden Tag fünf Stunden eine Klausur schreiben oder jeden Tag fünf Stunden, sorry, jeden Tag quasi eine Klausur so bearbeiten, wie ich das immer vorschlage. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist auch exakt das, was ich immer empfehle. Aber wenn er hier sagt, jede Klausur Originalzeit, das würde ja bedeuten, man würde jeden Tag eine Klausur schreiben müssen. Also da gehst du auf jeden Fall komplett in den Arsch, ne? Das kann ich wirklich keinem empfehlen. Also das ist wirklich furchtbar. Aber dass man die Klausurphase intensiviert, das ist okay. Und das würde ich auf jeden Fall auch jedem so raten. Aber in Originalzeit dann jeden Tag fünf Stunden, das ist Quatsch, ne? Mentale und körperliche Vorbereitung. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Stressbewältigung. Plane regelmäßig Pausen, Sport und Entspannungstechniken ein, um deinen Stresslevel zu regulieren. Kann ich dir jetzt gerade nochmal so aus erster Hand auch von Kandidatinnen und Kandidaten sagen, die im letzten Versuch bestanden haben. Ich habe angefangen, auch ein E-Book darüber zu schreiben, wird es auch noch einen Videokurs zu geben von Endlich Jura zum letzten Versuch. Ich habe ja mit sehr vielen auch im Einzelunterricht von denen zusammengearbeitet. Und ich habe die eben gefragt, so, was hat dir besonders geholfen? Und dann habe ich die Muster, die sich daraus ergeben haben, eben gesammelt und zusammengetragen. Und regelmäßige Pausen, Sport, Entspannung und so, Meditation, was alles genannt wurde, waren so ganz typische Sachen, die Leute besonders betont haben, wie wichtig das sei. Auch wenn man das immer so sagt, aber das ändert nichts daran, dass man es oft nicht macht. Prüfungssimulation. Plane mindestens einen Probetag im Originalformat, um den Ablauf eines Examens realistisch zu simulieren. Okay, das finde ich auch sehr gut. Das kann ich auch sehr empfehlen für Leute, die im letzten Versuch sind, weil ja da man so den psychischen Faktor rausnehmen muss. Man muss schauen, dass man dadurch quasi damit nicht ausgenockt wird, sondern dass es eben dann, wenn es nicht reicht, was ja immer auch passieren kann, dass es dann irgendwie am fachlichen schallt und nicht an der mentalen, emotionalen Verfassung. Deswegen ist so ein Probetag super. Also kann ich sehr empfehlen. Hat auch eine ehemalige Kollegin von mir genauso empfohlen und selbst auch gemacht. Also dass man quasi so den Tag durchläuft, zur selben Zeit so arbeitet, wie man beim Justizprüfungsamt sitzen würde, den Fall analysiert, wenn man das da machen würde und so weiter und so fort. Ja, den Punkt unterschreibe ich zu 100%. Ich weiß ja, wie schwer es ist am Ende nichts mehr zu machen und die Leute wollen ja auch immer noch an den Ruhetagen zwischen ihren Examenskurs und immer noch irgendwas machen. Ich kann nur empfehlen, da nichts zu machen. Sich den Zeitraum wie in Urlaub zu planen, ganz bewusst natürlich die Zeit auch voll zu stellen beziehungsweise da alles zu verplanen an Zeit, damit man gar nicht in Versuchung kommt noch zu lernen. Also das wird dir wahnsinnig viel helfen fürs Examen als solchem. Du musst da ausgeruht reingehen, unterschreibe ich also. In den letzten zwei Wochen die wichtigsten Norm, Definitionen und Prüfungsstrukturen repetieren. Ja, das sind halt so typische Tipps, die ich nicht geben würde. Also in den letzten zwei Wochen würde ich weiter noch mit Klausuren lernen, keine Klausuren mehr schreiben, aber weiter mit Klausuren lernen und dann würde ich zeitnah, also vielleicht auch schon zwei Wochen vorher, vielleicht auch nur eine Woche vorher, je nachdem, was man persönlich so aushält, würde ich dann dazu übergehen, in die Ruhephase einzutreten. Mit dieser klar strukturierten Anleitung hast du eine solide Basis, um die Examensforderung erfolgreich zu meistern. Ja, JTGPT möchte ja immer alles meistern. Und die meisten sind schon zufrieden, wenn sie einfach eine vernünftige Examensverwaltung auf die Beine bekommen. Okay, das war jetzt ein wirklich detaillierter Plan von JTGPT und vieles deckt sich, wie ich ja auch erwartet hatte, schon mit bewährten Strategien, Dingen, die ich hier auch auf dem Kanal empfehle. Dass man eben mit den Grundlagen starten sollte, dass man viel an Fällen trainieren sollte und dass auch Ruhe und Erholung, also die mentale Komponente, nicht zu kurz kommen darf. Aber wie du sicher selbst schon gemerkt haben wirst, reicht ein Plan allein oft nicht aus, um sich zielgerichtet auf etwas vorzubereiten. Und in deinem Fall, um dich gut vorzubereiten auf die Anforderungen, die der Examensalltag mit sich bringen wird. Es kommt da nicht nur auf den Plan an, sondern auch auf die richtige Umsetzung des Plans, Unterstützung, die man dabei erhält und auch individuelles Feedback. Und genau da setze ich mit meiner Lernplattform endlich Jura All Access an. Das Programm begleitet dich Schritt für Schritt durch die Examensvorbereitung. Mit Methoden, die wirklich funktionieren. Mit persönlicher Betreuung und mit einem riesigen Fundus aus Original-Examensklausuren, damit du das, was wir zusammen üben, auch praktisch erproben kannst. Wenn du also das Gefühl hast, noch einen starken Partner an deiner Seite zu brauchen, um die Theorie, die du gelernt hast, in die Praxis zu bringen, dann könnte endlich Jura All Access genau das Richtige für dich sein. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung oder wie immer im Abspann.